Wir machen weiter. Civilization VI und Cleopatra. Und sie lukt uns ein bisschen. Eben habe ich gedacht, sie hätte mich geneckt, weil sie mich als Schwerindustrieller bezeichnet hätte. Aber ich glaube, die Betonung liegt nicht auf schwer und auch nicht auf schwierig. Ich bin ganz handzahm, sondern auf Industrieller. Ich glaube, sie meint das lieb. Behaupte ich mal. Wieder raus. Dann greift uns an. Barbaren! Also nicht solche, die offen als Barbaren gekennzeichnet sind, sondern dieses Pack von Eleonora, von Aquitanien, Britannien und Barbarien. Das sind deren Schergen, die greifen uns an. Ganz schön frech. Und immer und immer wieder bietet sie uns Frieden an und glaubt, wir werden dadurch beeindruckt, dass sie uns ihre Tumbe-Schläger-Bande rüberschickt. Lieber Daniel, magst du den noch ein bisschen kleiner machen? Danke, habe ich jetzt gemacht. Danke für den Hinweis. Das war Matsumannix und so klingt Captain Kiba. Die beiden betreuen uns hier und weisen mich bisweilen auf Fehler ein. Den Vorschlag lehnen wir ab. Und weg mit ihr. Forschung abgeschlossen. Musketier. Können wir jetzt und weg. Und jetzt erlebt sie gleich ihr blaues Wunder. Kolonialismus, Imperialismus und selbst der Krieg dem menschlichen Gehirn entstammen. Praktischerweise in dem Augenblick, wo wir unsere Gesaaten zu Musketieren machen könnten und es uns vielleicht nicht leisten würden, weil das so teuer ist, bekommen wir separat dazu auch noch einen Wechsel bei der kulturellen Errungenschaften in der Forschung. Und das bedeutet auch, wir können für lau die Regierungsform ändern. Und das wiederum heißt für lau, wir können die Regierungskarten ändern und eventuell eine Söldnerkarte uns reinnehmen, sodass wir die Gesaaten billiger zu Musketieren machen können. Neue Karten. Die sind, glaube ich, für uns nicht so wichtig. Aber was wir gleich machen können, wir können beim Militär uns etwas holen. Nämlich, dass wir Einheiten billiger verbessern können. Das gucken wir uns gleich an. Jetzt sind wir hier vor Ort. Neue Forschung, die wir einstellen. Eine, die schnell geht. Wir brauchen viele Zaps, viele Zeitalterpunkte, damit wir ein goldenes Zeitalter bekommen. Zwei Häfen. Fünf Runden. Das könnte klappen. Schaut mal. Wenn ihr mit mir mal hier unten einen Blick werft. Zwei Runden in Flutnix der Hafen. Und der steht schon in Appendix. Das heißt, in drei Runden Kartografie fertig. Und dann mehr Gold für Fischerboote. Das greifen wir ab. Es sind volle Alternativen. Musketenpikenäre Bombarden freischalten. Wenn wir ohnehin die Karte drin haben, durch die wir billiger leveln können. Machen wir. In drei Runden Bombarden freischalten. Das machen wir. Dann wieder hier raus. Neue Ausrichtung wählen. In zehn Runden die Naturgeschichte. Das würde lange dauern. Wäre aber cool. Von wegen mehr Annehmlichkeiten. Das wären die Alternativen. Aufklärung, Tourismus-Effekte, Karten. Die sind uns alle eigentlich egal. Nationalismus. Immer ganz hilfreich wegen eines Gouverneurs-Titels. Ich würde tendenziell Richtung Naturgeschichte gehen. Wir schauen mal, ob wir vielleicht sogar ein Archäologie-Museum bauen können demnächst. Lass uns das mal gucken gehen. Voraussetzung sind natürlich wieder die Theaterplätze. Und was wir dort haben. Bei dem Theaterplatz hier. Am Viehtheater steht. Das heißt, wir könnten jetzt reingehen und in Mod Nix einstellen. dass wir nach der Werkstatt das Archäologische Museum bauen. Angebaut ist es. Dauert leider elf Runden. Das heißt, um rechtzeitig fertig zu werden. Um den Boost abzugreifen. Und es wäre cool. Müssten wir irgendwo roden. Anders geht es nicht. Kostet 290. Einmal satt roden. Nach Möglichkeit auf Wald roden. Hier drauf gerodet. Dann könnten wir das beschleunigen. Ginge auch ohne Magnus. Hier hingezogen. Einmal gerodet. Das können wir machen. Ich glaube, das machen wir. Wir ziehen hier einmal hin. Und wenn wir dort hier gleich roden, bekommen wir. 101 Produktion. Das ist 43 haben wir schon. 153. Das heißt, es würde wahrscheinlich auch so 5 bis 6 Runden reduziert. Das wagen wir mal. Einmal roden bitte. 6 Runden sind es noch. 10 Runden, bis die Naturgeschichte da ist. Neu der Bau. 6 Runden perfekt. Bringt 40% der Forschungskosten. 6 von 10. Runden fertig. Perfekt. 60% erforscht. 40% geschenkt. Perfektes Timing. Wir loben uns mal. Selbstzufrieden, wie wir sind. Und sagen, gut gemacht. Haben wir alle gut gemacht. Das könnte wirklich gut klappen. Gesandte schicken. Checken wir gleich. Nächster Schritt erstmal die Regierungsformen uns anschauen. Und hier eventuell die Level-Ups einlegen. Wir werfen einen Blick auf die Regierungskarten. Wir könnten machen. Wir wollen die Berufsarmee uns holen, sodass es weniger Geld kostet, Einheiten zu verbessern. Die Annehmlichkeiten brauchen wir, die Karte. Blick auf die Übersicht hier. Beim Stadtstatus zeigt uns nämlich an, dass die Bürger überall nur zufrieden sind. Wären wir bei minus 2 Matsumanniks. Das heißt, bei zwei Annehmlichkeiten weniger, statt wie im Augenblick bei 0 bis 1 weniger, werden die Bürger nicht mehr zufrieden oder unzufrieden. Das ist bei minus 2, ne? Ja, genau. Ab minus 2 sind sie dann unzufrieden und dann bekommen wir Abzüge auf die Nahrungserträge und auf alle anderen Erträge in den Städten. Und das hätten wir bei einer nennenswerten Anzahl der Städte jetzt erreicht. Nämlich überall da, wo wir 1 minus sind bei den Annehmlichkeiten. Das können wir uns also nicht leisten. Das heißt, wir brauchen schon weiterhin die Garnisonskarte, die Bediensteten, die eine Annehmlichkeit bringt pro Einheit, die drin ist. Wir könnten die Rekrutierung ausnehmen. Oh, und wir nehmen mal raus, für die Zwischenzeit, die Joker-Karte, die uns vier Glaubenspunkte allerdings auch schenkt, durch die großen Prophetenpunkte, die wir nicht mehr nutzen, den anderen Bonus mit der Fortbewegung, mit den Ladungen, finde ich nicht ganz so wichtig. Wenn wir wechseln, dann sollten wir allerdings erst wechseln, nachdem wir die Einheiten gezogen haben. Der Einheitenunterhalt, Gold pro Runde, ist mittlerweile schon happig, weil wir wollen auch gleiche Einheiten befördern. Wir haben nur plus 68 Gold. Ich würde das eher drin lassen. Ich tendiere dazu, Mats Emannings, zu sagen, wir nehmen die Berufsarmee für den Exodus der Evangelisten, ziehen aber vorher nochmal mit unseren Leuten. Ja, würde ich so absolut zustimmen. Zwischendurch ein Dankeschön an Hemimabo. Danke dir, hat abonniert. Das erste Mal, kann das sein? Ganz liebe Grüße und danke dir für dein erstes Abo. Das ist sehr lieb, weiß ich sehr zu schätzen. Danke dir. Das heißt, wir ziehen erstmal mit unseren Aposteln. Ach so, Gesandte, müssen wir gleich auch mal checken, ob wir irgendwo einen Gesandten das erste Mal haben. Nee, das würde ich so nicht machen. Die würde ich woanders bauen. Wir haben ja das Konsulat gleichfertigt und wollen die Gesandten einsetzen, um gleich hier Dinge abzugreifen, um hier diese Boni abzugreifen, mehr Kultur und mehr Wissenschaft im Konsulat. Das lassen wir. Wir wollten mit den Aposteln ziehen. Wir ziehen hier rüber, Richtung zu der Stadt, wo wir gleich siedeln. Der hier. Kann hier jemand fix und foxy machen und das machen wir auch. Wie gut ist, wenn ich ihn einen durchgezogen habe. Wenn er da draufzieht und den killt, macht so mal nichts. Da hast du denselben Gedanken wie ich. Wir haben nur eine Apostel in der Nähe. Genau. Hat der schon die Beförderung? Ja, die haben wir dem schon gegeben. Zu spät. Können wir nicht mehr. Keine Barbaren mehr, Bigherr. Nee, weil hier rüberziehen und wir hätten ein Musketier, einen Armbotschützen und einen Schwerträger geschenkt. Das geht jetzt nicht mehr. Wir hatten schon befördert. Ähm, der hier. Wir haben hier noch einen. Einen Apostel. Der ist aber ganz woanders. Wo ist er denn? Äh, wo ist er denn? Siehst du ihn? Unseren zweiten Apostel? Das Problem ist, ich sehe das ja alles sehr stark verzögert. Das heißt, wenn ich ihn entdecke... Ich sehe ihn gar nicht gerade. Der hat sich versteckt. So ein Fleger. Ich sehe ihn. Der ist bei Bullwerk versteckt hinter einem... hinter einem Handwerker, glaube ich. Der hat noch keine Beförderung und der hat Heldenbekehrung. Der hatte die Heldenbekehrung. Ihn könnten wir also rüberschicken und könnten uns dann diese coolen Einheiten holen. Jetzt ist das nicht so, dass wir militärisch total schlecht dastehen würden. Wir liegen schon vorne, aber trotzdem. Die alle hier zu holen und damit gleichzeitig auch die Stadt abzusichern, macht Sinn. Nur der braucht lange, bis er oben ist und das wiederum wäre ein Grund, dann doch den Exodus der Evangelisten drin zu haben. Nur wenn wir den drin haben, dann können wir nicht die Beförderung machen oben. Die billige Beförderung. Und die brauchen wir auch. Ich glaube, wir ziehen das doch durch und lassen das hier oben sein. Aber wie sollen wir die Stadt hier verteidigen gegen ein Musketier und gegen einen Armbruch schützen? Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ich glaube, wir müssen den irgendwie hochziehen. Wir würden die Stadt hier ohne Stadtmauer, die würden wir nicht verteidigt bekommen gegen die hier oben. Wenn die zu uns ziehen, das sehe ich nicht, Matze. Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden. Ja, wir brauchen da auf jeden Fall Unterstützung. Stelle ich mir sehr schwierig vor. Wir haben ja kaum Einheiten. Wie teuer ist denn das gleich, unsere Gesaaten zu Musketieren aufzuleveln? Einen hätten wir ja dabei. Vielleicht könnten wir da sogar einen zweiten ja dann noch aufleveln. Das kostet 350, 185 Gold kostet es, einen zu einem Musketier zu machen. Das heißt, wir könnten auch die beiden Gesaaten, die hier an der Front sind, nehmen, um die Upgrades durchzuführen. Eigentlich wollten wir allerdings die Einheiten befördern bei Globulix, um die Stadt verteidigen zu können gegen die Leute, die hier kommen. Aber wir brauchen eigentlich nur einen hier zu befördern. Der schafft das schon im Alleingang, glaube ich. wird den ja hier befördern, ne? Das glaube ich auch. Das ist ein Musketen-Pekinair, der ist schwächer gegen Nahkampfanheiten und der Armbrustschütze eh. Insofern können wir das aufteilen. Also, wie lange bräuchte der denn, bis er da wäre? Wenn wir uns den ja schnappen würden, den Apostel, mit den jetzigen sechs Pochbewegungspunkten. Wie lange bräuchte er, bis er hier oben ist? Wie viele Runden? Die Anzeige ist mal wieder buggy. Ich schätze mal, innerhalb des eigenen Reiches wird uns richtig angezeigt. Es sollten vier Runden sein. Das könnte hinkommen. Aber ab hier aufwärts, fünf Runden bis hier etwa, sechs, sieben. In sieben Runden drei Einheiten bekommen. Vielleicht zwei. Sieben Runden. Und bis dahin haben wir den längst aufgelöst. Wir wollen die Glaubenssätze uns auch holen. Das ist mir zu kompliziert. Wir machen das hier oben mit den Upgrades. Wir ziehen mit ihm wieder weg. Das ist mir zu umständlich gedacht, ihn wieder hochzuziehen. Wir bleiben hier unten. Versuchen mal, wir ziehen über nicht neben den Vulkanen, ziehen einfach nur ein Stück weg. und bleiben mit dem Kollegen hier unten. Und haben noch eine weitere Verbreitung. Wir hatten ja nicht, wir hatten uns überlegt, neben das Naturwunder zu ziehen, hatten es aber nicht gemacht. Und verbreiten uns einmal hier. Im Augenblick sind hier wie viele Bürger? Sechs von acht, bullistisch. Jetzt sind es sieben. Und dann haben wir noch den zweiten Apostel hier oben. Entschuldigung. Da müssen wir, da sind keine Feinde weit und breit. Der verteidigt, der missioniert einmal. Hier sind null Bürger, bullistisch. Der missioniert einmal. Ein Bürger, nur bullistisch. Und wahrscheinlich meldet sich gleich Kleopatra und Schmold. Und hier müssen wir nochmal abwarten. Der setzt eine Runde aus. Der kann das nämlich nur noch einmal machen. Mit denen ziehen wir schon mal hier hoch Richtung zu der Stadt. Und eben ebenfalls hier hin. Dann ist hier, wir haben die Quellen bekommen. Das heißt, wir können jetzt hier die Spiongeschichte machen. Wir setzen beide Spione ein. Wir wecken die. Den wecken wir hier. Und jetzt hatten der Kollege hier, der erste Spion, der hatte halt mehrere Runden lang die Aktion Quelle beschaffen durchgeführt. Und das bedeutet, dass ab jetzt 24 Runden lang die Missionen, die wir durchführen mit den beiden Spionen vor Ort mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit gelingen werden. Außerdem haben wir noch drin eine Karte, eine Regierungskarte, die da heißt Spionage-Missionen enden schneller. Gehen also hin, neben uns sind die Kollegen hier, Dubrovniks und holen uns, checken erstmal, wie viel Loyalität hier vor Ort ist. Und es ist nur 0,1 Plus. Und die 0,1 Plus entstehen unter anderem dadurch, dass vor Ort ein Gouverneur ist, der nur 6 mehr bringt und nicht 8 mehr. Ja, das ist eine interessante Anzeige von dem Spiel. Das habe ich mir auch schon mal in einer eigenen Partie angeguckt. Das ist der Bonus von Armani, der in London platziert ist und 2 Loyalität abzieht. Und das haben die Entwickler hier dargestellt unter den Gouverneuren. Also 0,1. Jetzt machen wir die erste Aktion und nehmen Dubrovniks und sagen, einmal 20% abgezogen. Fix. Nee, einmal Gouverneur neutralisieren erstmal. Weg mit ihm. Wahrscheinlichkeit 3 zu 1, dass es klappt. Ganz geringes Risiko, dass der Spion drauf geht. Wenn ja, ärgern wir uns schwarz. Etwas größeres Risiko, dass die Mission noch scheitert, aber dass der Spion immer noch da ist. Das unten heißt auch nicht, dass er unbedingt stirbt. Es kann nur sein, dass er, ja, Mission scheitern heißt, er flieht. Und darunter heißt, wir haben Probleme, er ist gefangen genommen oder getötet. Stell dich doch richtig da, ne? So würde ich das auch interpretieren, ja. Also das ist ja, zusammen sind es ja 100%. Insofern gibt es nur diese drei Alternativen. Und 3 zu 1, dass es sauber geht. Wir versuchen es. Wird uns noch nicht angezeigt. Am Ende wird uns das angezeigt. Das heißt, in sechs Runden wäre es soweit. Diese zweite Aktion, die wäre auch in sechs Runden. Das heißt, wenn wir die jetzt auch durchführen, Nollität reduzieren, wird uns in sechs Runden angezeigt. Bei beiden, ob das erfolgreich war. Habe ich das richtig beschrieben? Genau. Die arbeiten jetzt sechs Runden lang, um ihre Mission zu erfüllen. Und in sechs Runden geschieht das dann. Die arbeiten also Seite an Seite. Und in sechs Runden wissen wir, für jede einzelne der Mission, das wird getrennt berechnet, ob es erfolgreich war. Hier ist die Wahrscheinlichkeit 4 zu 1, dass es klappt. Die Zahl ist es hoffen und beten. Hätten wir, haben wir noch einen Gouverneur, ist noch ein Gouverneur baubar auf Vorrat? Ich glaube, wir hatten nur zwei. Nee, es ist keiner mehr da. Sonst hätten wir einen auf Vorrat schon mal bauen können, für den Fall, dass hier oben eine Katastrophe passiert. Dass wir einen rüber schicken müssen, um nachzuhelfen. So. Jetzt haben wir mit den Aposteln alle Aktionen gemacht. Das heißt, wir nehmen jetzt den Exodus der Evangelisten raus und nehmen rein. Achso, und wir müssen noch die, die Musketiere brauchen aus Salpeter, ne? Ja, genau. Das Gefolge sollten wir auch mit reinnehmen. Das heißt, wir nehmen Gefolge rein. Wir nehmen leider das mit dem Gold raus, Rekrutierung, und nehmen da rein, dass wir weniger Gold brauchen, nur die Hälfte, beim Level Up, bei der Beförderung und auch weniger strategische Ressourcen. Rest lassen wir so wie es ist, Matze. Ja, bitte so bestätigen. Wir sind in der Theokratie. Da hatten wir uns überlegt, das eventuell zu wechseln. Ne, Moment. Nach dem, ne, nach dem Wechsel der Epoche wollten wir das umstellen. Die Theokratie wollten wir mitnehmen. Da wollten wir die Vermächtniskarte produzieren. Und die entsteht beim Epochenwechsel dann, wenn die Theokratie dann noch Regierungsform ist. Dann bekommen wir die Theokratie-Vermächtniskarte. Das heißt, es bleibt alles so, wie es jetzt ist, ne? Theokratie mit dem das hier ist. Alles klar? Also die Vermächtniskarte bekommen wir dann, wenn wir die nächste Stufe der Regierung einführen. Also die Demokratie, Kommunismus oder Faschismus. Dann wird die freigeschaltet, dass wir sie dann nutzen können. Nicht beim Epochenwechsel, okay. Das heißt, wir bestätigen das jetzt einmal. Achso, wir könnten ja... Achso, du meinst das... Aber du... Achso. Wann ist das denn? Wann wird das denn sein, konkret? Das wird sein... Hier erst. Das ist ja ewig weg. Dann soll man so lange die Theokratie noch behalten. Also wir können jetzt auch auf die... Könnten zum Beispiel jetzt auch die Handelsrepublik nehmen, wenn wir wollten. Weil wir haben ja schon das Gebäude, meine ich, im Regierungsplatz gebaut, die diese Karte theoretisch freischaltet. Wir haben sie nur nicht, weil wir ja gerade noch in der Theokratie sind. Das heißt, wenn wir jetzt zu der ersten... Wir sind in der Theokratie... Nee, wir haben doch die alle schon. Du meinst, wenn wir eins weiter nach oben gehen, Demokratie, Kommunismus, Faschismus, dass die dann freigeschaltet wird? Oder wann kommt die Vermächtniskarte? Also sie ist... Also freigeschaltet ist sie schon. Nur wir können sie nicht einsetzen, weil wir gerade die Regierungsform auch haben, die Theokratie. Wir werden sie sehen, sobald wir die Demokratie, Kommunismus oder Faschismus einführen. Oder wenn wir jetzt nochmal auf die Monarchie oder auf die Handelsrepublik... Wir haben die Vermächtniskarte Oligarchie. Wir haben nicht die Theokratie. Irgendwie... Ich glaube, wir beide, ich sowieso, eventuell auch du, schmeißen im Augenblick alles durcheinander. Wir hatten uns die Oligarchisches Vermächtniskarte geholt und nicht die Theokratiekarte. Die haben... Also wenn wir in unseren Regierungsplatz einmal schauen gehen, dann haben wir dort, ja, die Möglichkeiten, Gebäude zu bauen. Und ich habe das Spiel jetzt gerade nicht vor Augen, aber ich glaube, wir haben schon das zweite Gebäude gebaut auf unserem Regierungsplatz. Sobald wir dieses Regierungsplatzgebäude gebaut haben, mit der zweiten Stufe, haben wir auch die Vermächtniskarte freigeschaltet von der Regierungsform, die wir aktuell gerade eingeführt haben. Und wir haben den Geheimdienst schon gebaut. Also wir haben im Pool die Karte Oligarchie. Aber müssen es nicht zwei Vermächtniskarten sein? Eine nach dem Bau des ersten Gebäudes im Regierungsbezirk und die zweite Vermächtniskarte danach? Absolut. So war es auch. Das haben die Entwickler jetzt ein bisschen geändert, dass man nicht, wenn man in einer Theokratie ist und dann für die Theokratie nochmal das Vermächtnis einführt, dann hätten wir ja quasi einen doppelten Bonus. Deshalb haben wir die Karte erst dann bei einer anderen Regierungsform. Das heißt, in dem Augenblick, wenn wir jetzt irgendwie weggehen von der Theokratie, ist dann sofort die Theokratie-Vermächtniskarte da. Okay, hast du eben gesagt, jetzt habe ich es auch verstanden, mit ein bisschen Verzögerung. Dann sollte man uns doch überlegen, ob wir eine von den beiden holen, weil die Boni brauchen wir mittlerweile. Kaufen wir jetzt noch viele Apostel? Wir sollten vielleicht vorher noch einen Apostel auf Vorrat kaufen, obwohl die 15 Prozent, das ist nicht so viel, damit wir eventuell eine Inquisition mal machen können. Ist Monarchie oder Handelsrepublik im Augenblick für uns cooler? Also die Monarchie hatten wir schon mal, dann würden wir in eine Anarchie stürzen. Das heißt, die Handelsrepublik, mehr Gold in Einstellten, mehr Produktion für Bezirke, macht immer Sinn. Brauchen wir im Augenblick noch den Bonus, den ersten Bonus mit dem theologischen Kampf, der ist nicht mehr so wichtig. Und der zweite mit Rabattaufkäufe, mit Glauben, brauchen wir das im Augenblick noch? Im Augenblick glaube ich nicht, ne? Ja, und was auch wichtig ist, bei diesen Vermächtniskarten, wir bekommen immer den oberen der beiden Boni als Vermächtniskarte, den unteren bekommen wir nicht. Also die religiöse Stärke. Das heißt, dein Vorschlag, wir auf Handelsrepublik zu wechseln, ne? Die Frage ist, ob wir das jetzt schon machen wollen, weil wir jetzt ja gerade auch, gut, da haben wir auch drei Militärplätze, die wir theoretisch jetzt verwenden können mit den zwei Jokerplexen. Das heißt, brauchen wir eher die religiöse Stärke im theologischen Kampf und die Glaubensgeschichte oder eher die beiden? Wie viele Gouverneure haben wir denn etabliert? Wir haben hier einen etabliert, zwei etabliert, drei in der nächsten Runde etabliert, in der nächsten Runde vier etabliert, fünf etablierte. Und in diesen Städten hätten wir überall dann entsprechend mehr Gold. Also 10% mehr. Das ist nicht viel, aber immerhin. Und wir hätten vor allem, das finde ich noch wichtiger, mehr Produktion für Bezirke, 15% mehr. Und das in allen Städten. Und wir bauen ja schon ständig über irgendwo mal gerade Bezirke. Ja, lass uns auf die Handelsrepublik gehen. Ich werfe mal einen Blick in den Chat. Ja, im Chat. Chat ist, danke, viele Leidensgenossen im Chat, die das ähnlich schwierig finden mit den Vermächtniskarten wie ich. Das ist sehr, sehr, sehr tröstlich. Danke. Das ist wirklich tröstlich. Ich, das ist auch so, ich habe es, glaube es, ich habe es jetzt halbwegs begriffen und ich werde es wieder, wieder vergessen. Es ist so kompliziert. Das ist echt krass. Ähm, wir gehen rüber, wir wechseln zur Handelsrepublik. Wir kaufen im Augenblick keiner, wir kaufen erstmal nichts mit, mit Glaubenspunkten, gehen hier hin zur Handelsrepublik. Zeitalterpunkte keine. Hier wieder hin. So. Und jetzt machen wir dasselbe Theater wie eben, dieselben Karten, nur an anderen Stellen. Und mit anderen Grundboni. Und wir tauschen also die Glaubensboni aus gegen Gold- und Produktionsboni. Das ist der Gedanke im Augenblick. So. Und, ähm, das ist der Missionar. Den hatten wir uns auf Vorrat gekauft. Und den schicken wir hoch, um hier oben gleich zu missionieren. Genau. So machen wir das. Ähm, das. Der hat drei Aktionen und im Augenblick kein Feld, wo er irgendwas machen kann. Den packe ich mal hier oben, falls wir rodeln wollen, für den Portala-Palast. Den wollten wir runter Richtung Osten ziehen. Dito. In der nächsten Runde entfernen wir hier die Steine. Jetzt noch nicht. Nächste Runde ist Magnus vor Ort. Und jetzt können wir Einheiten verbilligt verbessern. Hier noch nicht, weil es geht nur innerhalb der eigenen Kulturgrenzen. Deshalb bleiben die Gesahten erstmal unbefördert. Aber hier oben, hier können wir das machen. Das überlegen wir uns gut, wie wir das machen. Ihn können wir nicht befördern, den Armbruch schützen, aber wir können den Gesahten befördern oder den. Zwei Bewegungspunkte, mal nachdenken. Der ist sehr fit, den können wir auf jeden Fall befördern. Wie viele Salpete haben wir zum Befördern? Zehn brauchen wir und wir haben vierzehn. Wir sagen nur zwei pro Runde, wir können also einen Gesahten jetzt hier befördern, nur einen. Und der wird uns hier aber entscheidend schützen. Wir sollten den einen befördern, der uns dann schützt, gegen den Musketenpiken. Ja, ich bin dafür, dass wir den in der Stadt befördern, weil der ist ausgeheilt. Den kann man dann sofort volle Kanne einsetzen. Einmal verbessern. Und das brachte auch einen Zapp, einen Zeitalterpunkt. Und den hier Das ist Hügel. Ah, das ist gut. Das ist auch Hügel. Das hier eigentlich sollten wir von hier nicht feuern können. Können wir auch nicht. Das ist zu riskant. Das kann man nicht machen. Da geht er eventuell drauf. Das ist riskant. Der wollte hier hin. So, und mit dem Kollegen gehen wir hier oben noch ein bisschen scouten. Und wieder hier hin. Mit dem Speer. Hier unten mal rannen wir ein bisschen nervös in der Gegend drum. Ah, hier sind die Grenzen mittlerweile geschlossen. Was kostet das denn, die Grenzen zu öffnen? Ein Gold und eins für 30 Runden. Das kann man machen. Da habe ich keine Probleme mit. dann gehen wir mal hier durch die Grenzen Richtung Osten laufen. Dann haben wir eine Stadt-Stadt-Quest abgeschlossen in Anshan und haben jetzt drei. Und das bedeutet, es wäre jetzt sogar demnächst, sobald das Konsulat fertig ist, auch noch Wissenschaftspunkte bekommen. Und wir haben drei Gesandte. Wir hatten gesagt, wir haben eine Universität, das heißt, die haben wir jetzt hier oben schon erschlossen, die haben wir auch schon erschlossen, die Wissenschaftspunkte, die da generiert werden. Drei Gesandte haben wir noch. Entweder werden wir irgendwo so zerrennen damit, das sollte auch Zaps geben. Ne, das gibt keine Zaps. Das gibt glaube ich nur dann Zeitalterpunkte, wenn der Stadtstadt vorher noch niemals bei irgendjemandem so zerrennen beim Matze. Oder? Genau. Deshalb gäbe es vielleicht die Möglichkeit in Kumasi, ne, hier steht auch ab acht Gesandten, das heißt, hier sind nur zwei Leute auf Augenhöhe. Also dann würde ich glaube, ich mache es mal testweise, ohne zu bestätigen, eingeben nach Kumasi. Ich würde geben Richtung Forschungslabor und jede Botschaftskanzler. Ich glaube, ich würde dann noch einen zweiten. Also den können wir auf jeden Fall schon mal machen. Dann sind wir nämlich hier in der Stufe das Museen und Konsulate eingeben. Das machen wir auf jeden Fall schon mal. Jetzt haben wir noch zwei. Wir könnten hier in die Stufe gehen, vier, Gold in jeder Bank, aber das ist, Banken haben noch gar keine Werften, da sind wir zu weit von entfernt. Vier, Gold ist auch nicht so viel. Ich würde vielleicht eher in eine sechster Stufe gehen. Sendezentrum und Forschungslabore brauchen aber ewig. Hier sind wir schon in der zweiten Stufe. Plus zwei Produktion mit Waffenkammer. Beim Bau von Einheiten aber auch nur, wir werden nicht viele Einheiten bauen im Augenblick. Mehr Glaubenspunkte in Lavaletta ebenfalls. Hier gibt es Was würdest du machen? Ich sehe nichts attraktives im Augenblick. Ich würde die tatsächlich sparen. Im Zweifelsfall um Karokia zu verteidigen, weil aktuell die Boni sind einfach zu gering, die wir da bekämen. Das lohnt sich im Moment noch nicht. Es lohnt sich in späteren Spielphasen, wenn wir diese Gebäude auch gebaut haben. Nochmal eine Runde weiter und beobachten, was hier passiert. Kleopatra bedankt sich schon wieder bei uns. Diesmal nix mit Schwerindustrier deshalb, weil wir ihr den Bau von Wundern überlassen. Sie ist wunderbesessen. Habt ihr mitbekommen? Sie ist WB. Sie ist wunderbesessen. Das ist ein Omen. Das ist ein Zeichen. Ich kann es ihr eindeutig. Nicht, dass ich abergläubisch wäre. Nur dann, wenn es mir in den Kram passt. Und das passt mir in den Kram. Ich glaube, das ist ein verstecktes Signal von ihr. Ich glaube, das ist ein verstecktes Signal. Sie ist WB besessen. Ja, so habe ich es gelesen. Ich glaube, auf jeden Fall.